Okay, da hat sich gerade einer den Tresor, glaube ich, geholt. Bzw. ich habe gehört, wie er die Bots geholt hat. Den wollte eigentlich ich haben, weil mein Inventar ist wirklich gerade richtig schlecht. Jaja, der holt den gerade. Da muss ich mir was einfallen lassen. Also, wenn ich Glück habe, dann kommt der auch hier hinten jetzt gleich raus, bei dieser Toilette. Hier bei der hier. Dementsprechend werde ich jetzt hier eine Box bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier so aufgehen wird. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, wo der hier rauskommt. Aber ich habe mir jetzt hier ein paar Benzinkanister besorgt. Muss ich jetzt hier alle reinplacen. Hier einer, hier einer. Hier noch ein Benzinkanister. Okay, das sollte jetzt funktionieren. Jetzt hoffe ich wirklich, dass der jetzt bald rauskommt. Dann werde ich die hier so anhitten. Okay, das sollte gehen eigentlich. Das wäre jetzt echt blöd, wenn er nicht hier rauskommt, ne? Kommt. Let's go. Wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich dachte, ich hätte ihm noch einen Pump geben müssen. Nice, ich habe alles jetzt.